und der Vergrüßung alle festlich willkommen ich bin fahrt und auch nach zwischen mein Gott sei will ja die und mir produziert er um in ein paar Tieren zum Krenz fast mehr im Internet war auf YouTube und gehört die Erkrankung lieben da war ich mit dem kumpel die part den firefox oder foxfeuer warum hast du ja nicht gelöst weil ich habe immer noch all meine alten torzern nicht drauf weil ich habe einfach von das ist scheiße und der bitte schaut curvy an ja kann man schon denken nee zum beispiel wenn überhaupt leute dass sie anschauen schauen sie das ja an ich jetzt aber quer wie was ungefähr vor zwei drei vier jahren auskommen ich würde und du kennst es nicht mal und also ein genommen du kennst es nicht mal sonst überhaupt die anschauen war es nicht und mein kraft ist sozusagen immer ein aktuelles thema sogar nach drei vier jahren das ist ja schon seit drei vier fünf jahren aus ja und schau wie viele leute das ja anfang hat finden erst was ich mal so anstatt hat 11 million klicks keine werbung für krank machen okay ich habe jetzt fünf fische ich angle noch bis sonnenuntergang dann gehe ich ins haus und da können wir uns ja mach ich uns ein kleines einen kleinen ding ein kleines eszimmer und da können wir das essen dann unseren leckeren fisch ja ich habe nur kann was ich überhaupt mache ich baue einfach nicht mal die hund bis zum geschleimt oder geändert ein sturm und ich war bedrock in englisch weil ich will halt die ganze zeit im auf englisch das ist mir doch ich bin naja weil die meisten morts wenn wenn ich ein mord benutzt sind die meisten halt auf englisch und haben keine deutsche übersetzung für die mord das war da haste und die namen halb voll komisch das immer spielt lieber auf englisch halte ich ja reißen gefunden also ja ich habe jetzt ich habe jetzt sechs fische ich komme jetzt mal langsam nach hause zurück und da können wir uns da da können wir uns mal ein bisschen etwas können ich habe jetzt drei eisen gefunden nee vier eisen ich habe auch all mein eisen ok da geht die ui sagt ja alles ok dann jetzt ich mache ich mache jetzt verleitern mal viele ich habe sehr viel gemacht gerade eben nicht hier aus wohl acht ungefähr zwölf eisen auf einer stelle also also wir waren auf einer stelle der rest war über dem teil also falls du jetzt irgendwie jetzt aus zufälligen gründen mal leitern brauchst ich habe über 64 jetzt habe ich gerade im moment keine ok dann war ich baue hier halt ich brauche jetzt hier und abends ein kleines erstes zimmer ich hatte mal so ein hobby los projekt wo ich singe geplägt habe gespielt habe mit in meinem verloren gegangen im spielstand ich habe immer ausgemacht ohne zu offiziell zu sprechen als speichern und beenden siehe welt verbindet wenn wir es in diesem fall und dann auf einmal wird eigentlich ein weg zu bauen nicht wie benutzen und dann wo ich genau an dem tag wo ich dieses hobby los projekt starten wollte habe ich keinen sprich gestanden mehr gefunden das verlorene projekt von mister x denn sie ist in den heutigen neun uhr nachrichten ok jetzt wird barbara mit dem sport die 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 ok es klappt an stein sollte es uns in diesem fall nicht ja sehr mangel ok ich muss ich muss das schnell machen dass wir auch gleich wieder hochkommen weil da wo ich gerade baue da wo ich uns dann ein kleines erst zimmer ich habe mehr reaktion von dir erwartet ok ich habe ein messt zimmer ein reaktion überlegt ihr bald das reaktion für ein anderes wort haben könnte wo was hast du mit simon gemalt erst mal ich verstehe ich fast nur immer zweideutige dinge ok wer bist du und was hast du mit simon gemalt ok k kärz herrn aus der als gut noch weit machen hier so meistens feinste äh du kannst bei stefan nenne ich ja nicht jemanden wie viel pass hast du vor von minecraft überhaupt zu machen ich ja bei mir heißt nicht jeder jeder part minecraft sondern halt ich mache da verschiedene minecraft serien zum beispiel das hier ist halt minecraft survival das andere heißt jetzt wenn ich auch ein server spiel da sage ich halt diese dass den server namen den server spiel und dann halt wie ich dann vielleicht irgendwie noch nennen will keine ahnung ich mache immer let's play minecraft also hat keine ahnung keine ahnung und dann und mir passt zum beispiel letzte part das loch schreit genau kurz vor der aufnahmeendung sage ich ja abonnieren leiten und dann springe ich sogar aus und habe gedacht das ist halt so wie hier im bild und dann wollte ich und schrei voll laut und dann im nächsten part der ist da wurde auch nach crash oder ich wollte gestört keine ahnung ist etwas länger her und dann bin ich da rausgegangen und ja ist eigentlich ganz gleich wie okay naja ich habe falsche stühle gemacht ich muss kurz raus gehen und ich mache uns schnell macht weil ein paar stühle okay mir ist aufgefallen wir haben noch kein gold gefunden außen wenn es hier gold ist was ich gerade abbaue es war einfach mal sehr dein talrad noch was ich jetzt grad war ich hab ich hab ne okay bring auch mal das eisen alles hier hoch weil dann kann ich auch mal schmelzen er hat sobald ich keine ahnung bis nette gestein bin und ich bin grad auf meine eisen aber okay jetzt das ist die aus okay ungefähr noch 18 blöcke tief dann komm ich hoch okay genial wir machen voll tief das ding okay ich habe nicht mal in meinem eigenen höhlensystem verliert dann wollte ich ich wollte drauf gehen meine sachen nach haus bringen dann bin ich wieder runter gegangen weil ich diamanten oder gold oder irgendwas kunden habe und dann habe ich nicht mehr die stelle gefunden mit einem feiner nicht mehr ausgekommen okay ob sie ich nicht schaue ich bin ganz zeit auf das eine kiste wo feuersteiner aus ach diese ok ja ich schaue das mal auf mich lieb weil ich muss ja jetzt ist es nicht zu spielen ok sprachnachrichten ich wundere mich ob mir irgendjemand geschrieben hat ja ich habe ja also ich schreibe in die gruppe erhalt krasse gruppe zumindest ihr vor mir da freue ich zumindest ihr vor mir aufgewacht super deutsch ja und dann lernen mal deutsch aber ich will jetzt den fahrt bei wandern entlang zu den fahrten lassen immer so bach zirka jetzt im moment also ich habe noch zirka sieben minuten und wie glaube ich du hast noch takt 18 sekunden ich glaube ab und mir kontaktes und ein aber hier können zu holen tun teilen knack und kera 80 aber in der rd rd ok da machen wir sobald der aufnahme aus ist sich nach der aufnahmsstaaten ja alle herzlich willkommen zunächst zu beurteilen und immer noch seine aufnahme nimmt immer noch auf und jähl g ja also ich bin hier gerade dabei noch immer das erste zimmer zu bauen da habe ich mal kein copyright machen weil ich will nicht werbung für irgendjemand machen außer für uns ich habe vergessen die feste zum typisch erzählen das also ein erwachsener ist mal auf dem kind gegangen weil es ihm zu oft abgezogen hat bei call of duty und was hat es ihn verpasst als der typ hat das kind verprügelt macht dafür so dass wir es so gut war also was werden wir daraus niemals zu gut in ein spiel sonst wirst du es bereuen die tat aus den wort von mccl jackson ok warte dann noch hier ist so ok es ist immer fertig ok und ich habe noch 14 lecker ok jetzt mache ich schnell durch lauf nach unten damit ihr mal sieht wie es hier im neil also das grundgestein hier aussieht auf dem ding muss ja noch die fische kommen wer machst du es essen gleich mal ja ok hochlaufen auf halfe ich habe dann einen teil hier halt mit leitern ersatz treppen mit leitern ersatz doch es gibt mal ein tipp für jenen der wo ganz viele dinge abbaut ressourcen er sollte immer genügend externe mitnehmen ich meine spitzhacken ja es ist was man hat ich bin und ich bin bau ich hierunter ich will nicht aus der tür bei unserem Haus rausgehen weil das im Kripo m ich neigen für die Begräufe süßpulver oh mein gott frage wie tut man eigentlich tnt kraften diese fahrgabend sind ja wie tut man zu anordnen was wie ordnet man das an 50 pulver 4 tnt immer sand sie ist pulver und sand ja nie wie geht man zu anordnen also so abgrundgesteinerei okay ab dem block 5 also für dich liegt für dich liegt ein pfiff im ofen ok ok ich komme jetzt gleich auch hoch hat kurz also geld wo kommt eigentlich jemanden ab circa höhe 16 russos von ender grün es ist grundgestein erhältlich sind wir ganz nah an jemanden also wenn wir überhaupt nicht finden ja konstant löscht er bin vollgas hochzulaufen kann mal ich über weit will endlich ablassen in einem frühstücken ok mensch frage hast du dir von oben gemacht wenn nicht kraft ihren ofen bevor du versorgen oben hohe sacke ja weil dann kannst du auch selbst was kochen oder dann haben wir zum ersten mehr oben möglichkeiten ja hast du mich sonst mal schlagen mein mein kraft hat sich dort aufgehend slash warte wirst du jetzt gerade hochkommen ja bist du gestorben nein aber ich glaube du musst das dann mein kraft kurz ab zu aus so ein einschalten oder so was keine ahnung aber warte kurz gleich ich kann mal schnell runter versuch dich zu hauen ich komme schnell zu der kleinen hülle wo du warst nein die war weiter vorne ich weiß gerade das löscht tippe muss man kaufner starten ok dann drücke ich hier einfach mal auf die windows button ding so nur man kaufner starten nicht den ganzen pc dann ich komme hier nicht mal ins menü dann drückt steuerung alt und entfernen ja wo ist entfernen entf über den pfeiltasten irgendwo ja da solltest du es dann zu irgend menü kommen so im blauen hintergrund irgendwie da musst du dann halt auf task manager drücken oder task manager der programm schließen die antwort auf das programm warten programm schließen ich beende mal meine epistote ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal adios amigos